Evelyn schlich durch die geschäftigten Straßen, ihr Körper ein weiterer Schatten in der Nacht. Ihre Augen schimmerten in der Dunkelheit, welche allerdings nur ein sehr aufmerksamer Beobachter ausmachen könnte. Trunkenbolde, Seemänner und Dirnen plauderten in einem Durchgang in der Nähe und waren sich der Anwesenheit einer Dämonen im Dunkel völlig unbewusst. Die Dämonin hingegen sah sie klar und deutlich und beurteilte sie mit einem kritischen Blick. Evelyns Augen wanderten zu einem Mann, bewegungslos in der Gosse, mit einer Flasche Rübenwein in der Hand. Normalerweise würde die Dämonin jemandem wie ihm keine Sekunde Beachtung schenken, aber ihr letztes Mal lag einige Tage zurück und in ihrer Verzweiflung zog sie ihn, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, in Erwägung. Es wäre so leicht. Sie müsste ihn nur in eine der zahlreichen Gassen locken, weit weg vom Schein der Straßenlaternen. Der Gedanke verabschiedete sich jedoch, als sie eine Kakerlake über das Gesicht des Trunkenbolds huschen sah. Dieser Mann war so sehr seinem Rausch erlegen, dass er niemals noch etwas spüren könnte. Seine Erregung wäre schwach und gedämpft, ohne das dringende Verlangen, das sie so gern in den Augen ihrer Opfer sah, bevor sie sich an ihnen gütlich tat. Sie könnte sogar seinen ganzen Arm häuten, bevor er die Kraft für einen Schrei aufbringen könnte. Und genau hier lag das Problem. Im Laufe ihrer unzähligen Male hatte Evelyn einen besonderen Geschmack entwickelt. Sie bevorzugte es, nein, brauchte es, dass sich ihre Opfer jedes Stichs, jedes Bisses und jedes Fetzens, den sie mit ihren Klauen abschälte, bewusst waren. Ein Mann wie er würde lediglich eine stumpfsinnige und nicht erfüllende Zeitverschwendung sein. Sie ließ den Trunkenbold zurück und ging weiter die schmutzige Promenade entlang, vorbei an den Fenstern einer muffigen, kerzenbeleuchteten Taverne. Eine fette, röpsende Frau stieß die Tür auf und stolperte hinaus in die Nacht. Eine halbe Truthahnkeule in der Hand. Einen Augenblick lang überlegte Evelyn, ob sie die Frau in ihre Umarmung locken und anschließend unsäglichen Höllenquallen aussetzen sollte. Die Dämonen beobachtete, wie die Frau den Rest des Fleisches hinunterschlang, ohne es überhaupt zu kauen. Etwas tief in ihr, eine Art Melancholie, würde das Mahl verderben. Evelyn zog es vor, selbst den Schmerz zu verursachen. Die Dämonen ging weiter und glitt durch die Schatten der Stadt, vorbei an zwei weiteren Betrunkenen, vorbei an einem Bettler und zwischen einem sich streitenden Pärchen hindurch. Für Evelyn waren sie allesamt unattraktiv. Ihnen Schmerz zuzufügen wäre, als würde man eine bereits verwelkte Blume pflücken. Sie mochte ihre Mondscheinblumen jedoch frisch und gesund, denn diese ließen sich mit besonderem Genuss kleinschneiden. Sie überkam ein entsetzlicher Gedanke. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, dieses elende Kaff als ihre Jagdgründe zu wählen. Vielleicht lässt der Nervenkitzel ihres letzten Opfers in jedem Moment nach und lässt nur das Nichts zurück. Diese gänzliche Leere im Inneren, den eigentlich Gefühle ausfüllen sollten. Da sah sie ihn. Dieser Herr, der gerade eine der edleren Kneipen verlassen hatte, strahlte geradezu. Er war elegant, ohne Protzig zu wirklich und er summte eine muntere Melodie vor sich hin, als er mit einem Blumenstrauß im Arm die Straße entlang ging. Die zwei Peitschen schwingen auf dem Rücken von Evelyn, kringelten sich vor Erregung. Selbst aus der Entfernung konnte sie spüren, dass dieser Mann gänzlich zufrieden in seiner Haut war. Sie hastete ihm nach, wobei sie besonders bedacht war, ihr Opfer nicht aus den Augen zu verlieren oder die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er ging fast eine halbe Stunde lang die Straße entlang, bis er schließlich in einen langen Fußweg einbog, der zu einem nicht allzu großen Herrenhaus führte. Am Ende des Weges trat der Mann durch eine schwere Eichentür in sein Zuhause ein. Evelyn ließ ihren unentwegten Blick auf den Fenstern haften, die nun der Reihe nach von warmem Kerzenlicht erhellt wurden. Eine schlanke, ernst wirkende Frau in einem hochgeschlossenen Abendkleid betrat den Raum und begrüßte den Mann mit einer einladenden Umarmung. Sie täuschte ihre Überraschung über die Blumen in seiner Hand vor, bevor sie sie in eine saubere Vase neben einen alten Blumenstrauß stellte. Das Interesse der Dämonen wuchs. Einen Augenblick später liefen zwei Kinder, – sicher noch nicht lange auf ihren eigenen Beinen unterwegs – ins Zimmer und klammerten sich an die Beine des Mannes, wobei sie breit grinsten und ihre kleinen Zähnchen blitzten. Obwohl sich das Szenario vor ihr wie der Inbegriff des familiären Glücks abspielte, wusste Evelyn bereits, was sie finden würde, wenn sie der Sache weiter auf den Grund ginge. Sie wartete geduldig, bis die Kerzen Stück für Stück erloschen und nur noch das Wohnzimmer erleuchtet war. Der Mann war allein, er machte es sich in einem Lesesessel bequem und rauchte seine Pfeife. Evelyn koch aus den Schatten hervor und ihre dunklen, zerbrechlichen Gliedmaßen verwandelten sich in einen warmen Körper. Ihre dämonischen Peitschenschwingen auf ihrem Rücken verschwanden und enthüllten eine wohlgeformte weibliche Gestalt, deren üppige Kurven kaum zu übersehen waren. Ihre Hüften schwangen leicht, als sie über den Rasen zum Fenster schlenderte. Sie war fast nur noch eine Armlänge davon entfernt, als der Mann bei ihrem Anblick blitzartig aus seinem Sessel hochfuhr und seine Pfeife beinahe aus seinem Mund fiel. Evelyn lockte ihn mit einem Finger zu sich, eine Einladung, sich doch draußen zu ihr zu gesellen. Der Mann schlich zur Eingangstür und öffnete sie zaghaft, um durch Neugier getrieben diese fremde Schönheit vor seinem Fenster genauer zu betrachten. Er ging zu ihr über den Rasen, zögerlich und dennoch voller Erwartungen. Wer sind sie? fragte er zaghaft. Ich bin, was immer du möchtest, versicherte ihm die Dämonen. Als sich Evelyn und der Mann in die Augen sahen, blickte sie in die Tiefen seiner Seele und fand genau das, wonach sie gesucht hatte. Diese winzige Wunde von Unzufriedenheit, die sich selber im Inneren der glücklichsten Person ausbreitete. Da ist es, dachte sie, alles, was er sich wünscht, aber nicht haben kann. Meine Familie, hob er an, konnte aber seinen Gedanken nicht beenden. Die Dämonin beugte sich zu ihm. Pssst, ist ja gut. flüsterte sie ihm ins Ohr. Ich weiß, was du willst und kenne das Schuldgefühl für dein Verlangen. Lass es los. Sie wich etwas zurück und fand den Mann völlig in ihrem Bann gezogen. Kann ich dich haben? fragte er und schämte sich seiner Dreistigkeit. Doch ihn überkam das seltsame Verlangen, direkt auf dem Rasen über sie herzufallen. Natürlich, Süßer, darum bin ich hier, sagte die Dämonin. Er berührte ihr Gesicht mit seinen Fingerspitzen und streichelte ihre Wange. Sie drückte seine Hand fest an ihre Haut und ließ ein leises, sinnliches Kichern von ihm. Dieser süße, zärtliche, glückliche Mann würde heute Nacht ihr gehören. Er hatte so viel Schmerz zu geben und sie würde ihn vollständig in sich aufsaugen. Hinter ihnen war das Geräusch von schlurfenden Schritten in Hausschuhen aus der offenen Tür zu hören. Alles in Ordnung, Liebling? fragte seine Ehefrau. Alles wunderbar, mein Schatz, antwortete die Dämonin anstelle des sprachlosen Mannes. Der Bund wurde soeben noch süßer und die Aussichten verlockender. Hier stand eine Monscheinblume in voller Blüte vor ihr, bereit gepflückt zu werden und eine Knospe, die beim Zusehen aufgehen würde. Untertitelung des ZDF,